hi leute ich begrüße euch hier auf weibersmeerwasser zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute geht es sich weiter um ja geht es geht es sich um weitere technik für das aquamedic jascha 60 und ja was haben wir noch nicht gemacht genau richtig dosierpumpe neue generation weil dosierpumpe alte generation haben wir ja schon gemacht und hier unten ist die evo 4 alte generation verbaut und hier oben steht jetzt schon vorbereitet die neue der neue rief doser evo 1 die evo 1 lässt sich über wifi steuern über eine app lässt sich zum teil manuell mit hand bedienen wir haben die möglichkeit das ins interne netz zu bringen also sprich in unser eigenes heimnetzwerk wir haben aber auch die möglichkeit für alle die das nicht wollen eine direkte verbindung mit der zwischen app und dem entsprechenden gerät aufzubauen der evo doser hier in der ein kanal version gibt es noch in zwei weiteren versionen einmal in drei kanal und fünf kanal und ja er kann so einiges was tatsächlich die alte variante natürlich nicht kann die alte variante ich setze mich mal alter mann ist natürlich hier kabel gebunden gewesen über die über das entsprechende kabel zum gerät und ließ sich aus der ferne nicht steuern dass ja die neue variante hier ist im prinzip ja app steuerbar entweder aus der ferne wenn sie in der cloud ist oder direkt zu hause über die app mit einer direkt verbindung ja lange rede kurzer sinn es gibt wie gesagt die beiden möglichkeiten und ich würde sagen ich habe hier schon alles mal vorbereitet gleich auch zum kalibrieren etc wir haben hier oben gucken uns das ganze etwas genauer an das ist natürlich ein relativ großes kompaktes gerät größer als wie das was wir jetzt kennen aber hier ist auch im prinzip alles drin bei dem alten gerät hat man hier den controller und das gehäuse für den für die entsprechenden einzelnen pumpen so wenn wir das jetzt hier vergrößern dann wird das neue gerät ungefähr so groß sein mit dem fünfer drei ungefähr so groß sein aber wir haben jetzt hier die waren variante 1 alles drin und in alt bewährter technik gehe ich von aus weil es sind die gleichen pumpenköpfe und die gleichen motoren verbaut und den alten evo 4 den den christus den hast du nicht kaputt gekriegt das ding das lief ewig oder läuft ewig weil der tut es ja auch noch hier bei mir also das ganze auf ein neues level gehoben halt bloß app steuerbar jetzt so wir haben hier hinten hier oben eine abdeckung da ist unsere dosiereinheit hinter die seite wird eingezogen die andere seite geht in die zum becken oder in das entsprechende behältnis wo rein dosiert werden soll wir haben hier oben noch eine led drin die ist dafür da mir anzuzeigen wenn das gerät arbeitet so dann haben wir hier noch einen entsprechenden fuß entweder so wie gerade eben einfach nur drauf gestellt und mir in meinem schrank aufgestellt fertig und gut ist aber aber auch die möglichkeit das ganze hier per schraube an die wand zu bringen und dann dementsprechend das gerät einzuhängen geht auch stromversorgung ist ganz normal 12 volt 2,5 watt wenn mir nicht alles täuscht und mindest dosiermenge in milliliter ist ein milliliter so kennen wir im prinzip also diese pumpe hat keinen anspruch auf exaktheit im 0,01 milliliter bereich wie andere hersteller plus minus ein milliliter also ein milliliter dosiermenge minimum und dann halt sauber nach oben weg gut lange rede kurzer sinn wir wollen das gerät jetzt erst mal direkt verbinden dafür machen wir folgendes müsst ihr auch folgendes wissen genau wir geben dem gerät strom und wir haben hier oben drei kontrolllampen zweimal rot und einmal grün wenn ich hier drauf drücke fünf sekunden lang geht das gerät in den modus in den verbindungsmodus um also in smart verbindungsmodus um anschließend in im heimnetzwerk aufgenommen zu werden oder nicht oder der zweite verbindungsmodus gefängt bei circa acht bis zehn sekunden an so beim ersten verbindungsmodus gehen die lampen hier nach von links nach rechts also grün rot grün rot der im zweiten verbindungsmodus im ap also access point direkt modus blinken beide lampen gleichzeitig auf so drückt ihr hier länger wie zehn sekunden drauf bei einem konfigurierten gerät macht ihr ein hart reset so jetzt muss ich das hier mal ein kleines bisschen abdecken drücke jetzt hier drauf jetzt geht das gerät in den normalen verbindungsmodus links rechts und sobald beide lampen gleichzeitig blinken kann ich loslassen das waren es ungefähr acht sekunden acht neun sekunden also wenn ihr über die zehn sekunden hinaus kommt also zehn oder elf macht das noch nichts länger wie zehn sekunden festhalten dann wird erst der hard reset durchgeführt das ist eine sache die ihr wissen solltet so jetzt nehme ich euch mal mit auf mein handy das gerät generiert jetzt sein eigenes netzwerk und dieses in dieses netzwerk müssen wir jetzt natürlich erstmal wechseln damit wir eine verbindung mit dem gerät aufbauen können so dazu suche ich mir der dementsprechend das netzwerk aus und da haben wir es direkt auch schon an zweiter stelle aquamedic steht da c5 fd ob das jetzt bei euch genauso heißt lassen wir jetzt mal dahingestellt das gerät kennt mich jetzt schon weil ich mich schon einmal damit verbunden habe das passwort für das entsprechende netzwerk ist 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so wir sind verbunden und jetzt kann ich meine app reingehen und jetzt wird es interessant genau die app ist nämlich schon offen also schließen den bildschirm brauchen wir wir haben wir dürfen uns noch nicht eingeloggt haben und haben oben rechts in der ecke access point direct da gehen wir drauf und es ist noch kein device hinzugefügt gewesen klicken einmal drauf ja sagt dass das ganze im ap konfigurations modus ist gehe auf next und jetzt müsste er das gerät eigentlich finden vorausgesetzt ja ich gucke noch mal ob mein netzwerk drin ist ist auch da hat es gefunden hat ein kleines bisschen gedauert das geht schneller sobald das einmal miteinander verbunden war und jetzt habt ihr hier eure benutzer oberfläche so das ist jetzt die verbindungsroutine access point direkt jetzt heben wir das ganze in mein normales netzwerk herein dazu geben wir hier raus gehen auf die normale oberfläche ich gehe aus meinem aquamedic netzwerk heraus wieder in mein schon voreingestelltes heimnetzwerk weil ich habe jetzt hier tatsächlich die 5 gigahertz deaktiviert ausgeschaltet das muss sein und dieses gerät muss in diesem gleichen netzwerk sein wie der router der router mit den 2,4 gigahertz da muss das auch drin sein jetzt sagt er das ist doch normal nein es gibt auch sachen ihr könnt auch mehrere access points haben ich habe hier tatsächlich zwei ne drei zugangspunkte zwei mit gleichem namen einen mit anderen namen das mit anderen namen ist genau das und das erleichtert mir halt jetzt hier den zugang so wenn ihr mehrere zugangspunkte habt wäre es ganz praktisch alle auszuschalten und nur den in der nähe vom entsprechenden gerät anzulassen natürlich der router muss auch an sein dafür und dann dementsprechend das netzwerk so konfigurieren dass ihr nur 2,4 gigahertz drin habt so jetzt muss ich hier am gerät tatsächlich die einstellung also fünf sekunden lang halten so dass das gerät in den smart configuration mode reingeht das ist halt beide lampen abwechselnd links rechts dementsprechend aufleuchten so ich logge mich ganz normal ein hier ist nur meine entsprechende pumpe da oben drin und dann sage ich add device reef dozer ja gerät befindet sich im smart configuration modus next ja ich habe nicht richtig so jetzt muss ich mal eben kurz hier mein passwort abgreifen und hoffe dass das übertragen wird sehen könnt ihr es nicht jetzt und wir sagen verbinden da ist er bei 14 prozent hat er zugeschlagen haken dran machen an das gefundene gerät add sagen wurde hinzugefügt und befindet sich jetzt in der cloud und somit von überall habt ihr dann den dementsprechenden zugriff auf das gerät gut seht ihr so einfach war das dann gehen wir wieder rein und schauen uns mal an was wir hier haben wir haben oben rechts das menü set time also time zeiteinstellung liquid calibration das ist da damit kalibrieren wir den entsprechenden kanal der pumpe also sprich den durchfluss der muss sein damit die pumpe weiß wie lange sie laufen muss dann haben wir rename das machen wir mal direkt jetzt hier weipe dose 1 safe steht jetzt oben drin jetzt weiß ich wie gerät heißt wenn ich mehrere geräte da drin habe und ja was haben wir noch delete device das heißt er wird aus der cloud raus gelöscht und reset das gerät wird von hier aus auf werkseinstellungen komplett zurückgesetzt also inklusive auch der dosierung beziehungsweise der kalibrierung so was haben wir noch wir haben hier den bereich programmierung einmal hier unten steht run program das heißt da wo es blau unterlegt ist da muss dann dementsprechend auch das muss blau unterlegt sein damit das programm an ist ist jetzt auf blau unterlegt ist es ja ist das ganze aus wichtig dann haben wir hier noch einen knopf off und on oben drüber damit könnte ich jetzt manuell dosieren ist raus ja das geht auch von der app aus und wieder aus so und dann haben wir das automatik programm hier haben wir tatsächlich ein können wir einstellen was wir wann wie viel dosieren wollen so wir haben hier die möglichkeit zum tagesintervall wie oft das wiederholt werden soll so den stellen wir auf 1 ja leute ich habe da noch einen kleinen nachtrag beziehungsweise ich muss einen kleinen fehler korrigieren ähm mit der einstellung day die ich eben oben gezeigt habe also blende ich euch auch noch mal kurz ein ähm da kann ich einstellen in welchem intervall äh das gerät dosieren soll und nicht ähm ja wenn ich es auf null stelle dosiert es jeden tag stelle ich es auf eins wird einen tag übersprungen das heißt es dosiert jeden zweiten tag stelle ich es auf zwei etc pp so weiter das war der fehler den ich ähm ja irgendwie verpeilt habe aber äh bis dahin ist ja normal bei mir deshalb dieser kurze einspieler hier und äh jetzt geht es dann im video weiter und dann haben wir hier die menge die wir eingeben können sagen wir mal 15 save dann können wir die entsprechende zeit eingeben sagen save und dann haben wir schon unseren ersten teil programmiert gehen oben über den pfeil zurück speichern das ganze ab und äh dann läuft das ganze schon auch aber was wir jetzt noch nicht gemacht haben ist das kalibrieren und beim kalibrieren haben wir hier tatsächlich auch noch eine Möglichkeit ich kann hier nämlich die menge eingeben mit der ich kalibrieren möchte das heißt je mehr ich eingebe desto genauer wird wahrscheinlich die kalibrierung ich gehe jetzt mal hin und sage einfach nur 20 milliliter so jetzt habe ich das ganze hier mehr oder weniger schon mal vorbereitet damit wir vernünftig kalibrieren können muss natürlich unser system befüllt sein jetzt kommt uns das gerät bei sowas schon mal entgegen wir haben nämlich hier oben einen entsprechenden knopf ja da können wir nämlich manuell arbeiten dieser knopf funktioniert übrigens auch nur wenn das gerät wenn ihr das in der app in der cloud drin habt angeschaltet ist wenn ihr in der cloud das gerät deaktiviert habt dann könnt ihr diesen knopf auch nicht benutzen sollte man auch wissen so ich gehe jetzt hin und fülle das system dass der schlauch vollständig voll ist so hängen das jetzt hier drüber hier ist noch was drin geht ja gar nicht ich habe das natürlich alle schon geprobt im vorfeld damit das jetzt hier sauber läuft und ich euch ein wunderschönes stimmiges video hier präsentieren kann so ich habe meine feinwaage auf null gesetzt und jetzt sage ich ganz einfach start und der dosiert mir jetzt 20 milliliter entweder ich gehe hin lese das ganze an der skala ab oder ich nehme wie ich das lieber mache lese das von dieser feinwaage ab und wenn die bei 19,5 ungefähr ist oder kurz vor 20 dann drücken wir auf stopp und dann passt das auch soweit so jetzt habe ich bei 19,76 gestoppt das ist jetzt kein beinbruch wenn man das jetzt runter rechnet so speichern wir ab gerät ist jetzt kalibriert dieser kanal wenn ich jetzt noch mehr kanäle hätte könnte ich jetzt bei der kalibrierung habt ihr ja gesehen channel dann dementsprechend durch die einzelnen kanäle jeder einzelne kanal ist kalibrierbar und steuerbar aber das brauchen wir hier ja nicht so jetzt möchte ich aber mal wissen ob das was ich jetzt gerade gemacht habe hier soweit okay ist jetzt muss ich jetzt mal gucken ob ich hier genau da habe ich sie weil ich bin ja hier mit dem handy am arbeiten so wir haben jetzt 16.50 Uhr dann gehen wir mal in die programmierung rein 10 milliliter 16.51 Uhr bevor das hier läuft so save 16.50 Uhr da ist auch noch die funktioniert auch noch die muss ich nämlich immer mal drauf drücken ansonsten schaltet die sich nämlich aus please hold the line bitte warten und dann gucken wir mal ob die die 10 milliliter so dosiert wie sie soll und wie gesagt diese diese pumpe hier hat keinen anspruch auf hundertprozentig genaues dosieren also die arbeitet im milliliter bereich das heißt sie kann auch mal 0,2 0,3 mehr oder weniger dosieren aber wir werden jetzt sehen 10 milliliter sind eingestellt was sie kann ob meine dosierung soweit oder kalibrierung richtig war so hier stehen jetzt eine 9,59 das ist soweit okay jetzt nehme ich mir mal mein pad hier und guck mal ob ich das aufgenommen krieg so das foto blende ich euch jetzt mal ein und das ist in meinen augen soweit okay plus minus 0,3 0,4 ist vollkommen in ordnung ihr könnt das natürlich nochmal versuchen zu verfeinern wichtig an der ganzen sache ist wenn ihr diese pumpen neu habt das sind peristaltik pumpen also das heißt es sind schlauch pumpen und diese schläuche und die die ganze mechanik da drin muss ich erst eine zeitlang einlaufen wenn ihr diese pumpen kalibriert habt dann macht es nach einer woche nochmal oder überprüft das ganze so wie ich das jetzt gerade gemacht habe gebt eine entsprechende menge ein überprüft das ist das richtig dosiert worden von der menge her und dann haut er wenn es nicht passt macht er noch eben eine kalibrierung wichtig bei der kalibrierung ist das hier ist jetzt ein versuchsaufbau für euch dass es einfacher zu sehen ist wichtig ist wenn ihr eure kalibrierung macht ja ich habe die schläuche hier für die evo 4 schon sauber verlegt bis hier hinten blende ich euch auch noch mal kurz mit ein und wenn ihr die kalibrierung macht dann müsst ihr die da oben machen weil die pumpe muss ja ich sag mal aus dem flüssigkeitsbehälter heraus saugen und dann den gegendruck bis hoch zum aquarium bringen also immer mit der richtigen schlauchlänge und mit der entsprechend und an der entsprechend an dem entsprechenden dosierpunkt jetzt meine fress mein j jetzt habe ich es aber an dem entsprechenden dosierpunkt die flüssigkeit zum überprüfen oder zum kalibrieren entnehmen so jetzt ist das hier natürlich schön einfach das könnte ich aber auch oben machen hatte ich euch glaube ich bei der einrichtung der evo 4 gezeigt wie ich das gemacht habe also so in der richtung könnt ihr es dann auch versuchen hinzubekommen ja lange rede kurzer sinn neue generation app gesteuert kann ein bisschen mehr und ich denke ich hoffe ich habe alles soweit erklärt und ja das gerät ist tatsächlich von unterwegs genauso bedienbar wenn es in der cloud ist und eingehangen ist wie man das eigentlich auch von der app her von aquamedic erkennt lässt sich ganz gut bedienen funktioniert einwandfrei direkte verbindung ist auch möglich wenn man das nicht in die cloud reinhängen möchte die möglichkeiten habt ihr ja ich hoffe das video hat euch gefallen dementsprechend lasst ein däumchen da wenn ihr was wissen wollt schreibt es runter in die kommentare und in diesem sinne danke für eure aufmerksamkeit bis zum nächsten mal euer viper ciao